Die Aufwärtsspirale Von Gerhard Scheucher und Christine Steindorfer Vor 200 Jahren lebte in Amerika ein Mann, der mit 31 Jahren erstmals pleite ging, mit 32 einen Wahlkampf verlor und mit 34 gleich noch einmal eine Pleite einfuhr. Als er 35 war, starb seine Geliebte. Zwei seiner Söhne starben im Kindesalter. Mit 36 erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Er war 38 Jahre alt, als er seinen zweiten Wahlkampf verlor. Mit 43 unterlag er im Kongress, ebenso mit 46 und 48. Gleich zweimal unterlag er im Kampf um einen Senatorenplatz. Und mit 56 wollte er Vizepräsident werden, erreicht aber sein Ziel nicht. Mit 60 Jahren wurde er zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Abraham Lincoln wäre wohl nicht Präsident geworden, wäre er nach seinen Wahlniederlagen nicht wieder aufgestanden und hätte er nicht aus diesen Tiefschlägen gelernt. Dieses Beispiel beweist eindrücklich, dass man Erfolg nicht dauerhaft pachten kann und dass er selbst nach einem Scheitern wieder möglich ist. Besser noch, man kann Scheitern sogar frühzeitig erkennen und statt sich davon hinunterziehen zu lassen, in eine Aufwärtsspirale übertreten. Wie das geht, verraten die folgenden Seiten. Einiges von dem, was wir in unserem ersten Buch »Die Kraft des Scheiterns. Eine Anleitung ohne Anspruch auf Erfolg« bereits 2008 festgestellt haben, hat noch heute seine Richtigkeit. Die Chance, statt einer Erfolgsbiografie eine Scheiterbiografie zu leben, war noch nie so groß. Im Mindesten muss man mit temporären Einbrüchen in der beruflichen Schönwetterkurve rechnen, schrieben wir damals. Heute gehen wir weiter, denn die Wirtschaftskrise, die die Welt gehörig ins Wanken brachte, gelegentliche Nachbebensorgen in regelmäßigen Abständen für neuerliche Verunsicherung, hat diese Tendenz noch verstärkt. Noch ist es nicht abzusehen, inwiefern sich prekäre Arbeitsverhältnisse Patchwork-Biografie, das Phänomen der Arbeitsnomaden oder Generation Praktikum erledigt oder verstärkt haben. Die Meinungen der Wirtschaftsexperten klaffen hierzu auseinander und gehen von der Rückkehr zum guten alten 9-to-5-Angestellten-Dasein bis zur totalen Auflösung unselbstständiger Arbeitsverhältnisse. Die Wahrheit wird vermutlich irgendwo dazwischenliegen, wie so oft. Diese Wahrheit wird aber auch in den kommenden Jahren viele Unsicherheiten mit sich bringen. Für Einzelkämpfer wie für Teamplayer. Für beide heißt es, sich der Möglichkeit zu scheitern, bewusst zu stellen. Denn erst dadurch kann man auch die vielgepriesenen Chancen, die ein Scheitern eröffnet, nutzen. Ungezählte Ideen entspringen klugen Köpfen jedes Jahr und versickern ebenso schnell, weil ihnen kein fruchtbarer Boden geboten wird oder weil sich ihr Nutzen nicht gleich erschließt. Dabei hätte uns die Geschichte doch gelehrt, lieber genau hinzusehen und die Innovationskraft des Unerwarteten zu nutzen. Einige Beispiele aus der Vergangenheit gefällig? Viagra sollte ein Herzmedikament werden und mit der Antibabypille der Kampf gegen Arthritis aufgenommen werden. Das Post-it ist Ergebnis eines wenig erfolgreichen Versuchs, einen neuen Spezialkleber zu entwickeln und Tesa ein missglücktes Wundpflaster. Manchmal reicht es auch, Sachen ordnungsgemäß wegzuräumen. Auf diesem Weg fand der Schimmelpilz Penicillin seinen Weg in Bakterienkulturen. Und so wurden aus Getreideflocken letztlich Cornflakes. Auch Personen lassen sich recyceln. Der Gründer von Kentucky Fried Chicken hatte vorher zwei Firmen in den Bankrott geführt, ebenso jener der Ford Motor Company. Der Gründer von IBM saß im Gefängnis und das Bloomberg-Medien-Imperium verdankt seinen Anfang einem Rausschmiss. Die Liste ließe sich noch lange weiterführen. Sie zeigt uns vor allem eines. Der erste Schritt hinaus aus dem Scheitern liegt darin, den Kopf oben zu lassen, statt ihn einzuziehen. Und genau hinzusehen, statt beschämt den Blick abzuwenden.